Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Live-Spiel von mir. Ich bin der Ich-Gosch und ich begrüße dich auf meinem Kanal. Falls es dir gefällt, kannst du gerne ein kostenloses Abo und ein Like und natürlich mich gerne im Shop kostenlos unterstützen. Creator Code Ich-Kusche-Mich und damit holen wir euch heute auch noch einen Krypto-Skin. Auf jeden Fall holen wir uns den heute noch. Der ist nice. Der ist nice. Moin Nice-Ghost-Dieser, Moin Bei-Lagessi, Moin It's Toxic, Moin Bumbersbrecht, Moin Leander, Moin Knockauer, Moin Schlachtnutt, Moin Nocci, Moin Der Dragon Gamer, Moin Apollo, Moin Leander, Moin Moin. Was geht ab? Geht's euch gut? RIP Knockauer. Geht's euch gut, Freunde? Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir holen uns auf jeden Fall gleich noch den Krypto-Skin. Wir holen uns den Krypto-Skin genau bei 50 Likes, Leute. Also lasst euch nicht lumpen. Nochmal einen Like da, dann holen wir uns den Krypto-Skin. Lasst euch nicht lumpen. Der war jetzt ja nicht so gut, ne? Der Typ. Ne, Leander, kann ich nicht. Ne, ich nehme auch keine FAs an und ich bekomme... Warum können wir eigentlich manche FAs senden? Wait. Leute, bei 50 Likes holen wir uns den neuen Krypto-Skin. Der ist nicht neu, aber dann holen wir uns den auf jeden Fall. Lasst nochmal einen Like. Der wäre mega nice von euch. Der hat ja so ein geiles Backpack. Alter, ne? Ich feiere das Backpack ja vor diesem Krypto-Skin. Mega, meine Haare sind heute definitiv nicht gemacht. RIP. Primo. Ah, die sind heute echt nicht gemacht. Naja, egal, 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 Karl. Guten Morgen, Fron-Gamer. Luca, ja, es geht. Ich habe einen Haarmund. Achso. Er beleidigt mich. Er schreibt, du kleiner Genitalteil von Männern. Geh mal schlafen. Er steht so früh auf wegen Fortnite. Also, ich habe, ich stehe eigentlich nie so früh auf. Ich bin gestern nur sehr früh ins Bett gegangen. Deswegen bin ich heute so früh aufgestanden. Und ich stehe nicht nur so früh wegen Fortnite auf. Und deswegen muss man nicht direkt beleidigen, Mann. Ich weiß halt auch gar nicht, was die hier die ganze Zeit irgendwie... Voll viele schreiben manchmal einfach so rein. K-M-N ist die geil... Roboter sind wieder drin. Schade. Ich wollte gar keinen Raufpack usen. Egal, Leute. Lasst doch mal ein Like da. Bei 50 Likes hole ich mir den neuen Crypto Skin im Shop. No, einfach zweimal die neue Shotgun. Fun Gamer. Nein! Bleib hier! Leute, es hat keinen Sinn, bei 30 Zuschauern Custom Games zu machen. Custom Games kann man machen, wenn man irgendwie 70 Zuschauer oder so mindestens hat. Dann kann man Custom Games machen. Aber so hat das keinen Sinn, Custom Games zu machen. Ja, Sings ist auch am Start, Leute. Nice. O? Ja, ganz nett, bei 30. Oh nein! Bis zum nächsten Mal. Denkt ihr, ich schaff den Sprung? Geronimo! Fangamer mal sehen, ob ich heute am Nachmittag nochmal streamen muss. Ich muss gucken. Hannover spielt ja auch heute. Das wollte ich auch gucken. Dann habe ich um 15 Uhr eine Verabredung. Also jetzt Fortnite-mäßig mit Trio wollten wir das spielen. Und dann mal sehen, ja. Meine Stimme ist wie eine Frau. Okay, ja, kannst du ja nice beurteilen, wenn du mich gerade als sch beleidigt hast. Nice. Nur weil du den sch nicht hast, musst du mich nicht beleidigen und als Frau bezeichnen. Was ja auch nicht schlimm ist. HSV gegen HSV, genau, HSV gegen HSV-Fanfreundschaft. Ist ganz geil, glaube ich, da wird das spielen. Selbstzerstörung. Entfernen. Gibt's auf der Tastatur nicht. Das nehmen... Ein rüber von... Säger... dabei dabei ist alle es leben so wenigen solo in letzter zeit ja fordert kam auch ab und zu zocken in einem stream steht fort in der betterei live ich weiß weil ich den ganzen stream titel nutzen wollte aber royal hat er nicht mehr hingepasst also einfach geschrieben betten live mom nice not you under the queue Moira, Mumira, ähm, Fortnite, ja, ist so in Ordnung, ne? Jetzt müssen die nur noch die Roboter entfernen und das ist eigentlich wieder ganz gut da spielen. Oh, da hinten ist jemand geriftet. In Paradise. 200 IQ. David, Dankeschön für ein Follow. Willkommen, willkommen. Welcome and hi, hi and welcome. Leute, lasst mal Like da. Wenn wir nach der Runde 50 Likes haben, hole ich mir den Crypto Skin. Der im Shop ist natürlich mit dem Creator Code. Ich kusche mich, um mich kostenlos zu unterstützen. Wäre mega korrekt von euch. Hehe. Got him. Ok. Ok. Dein Parka. Ich kusche mich, und pilotson. O Mann, was wir eben mit justify ratz pour immer noch was wir bei euch mal mit dem Hopp sais. Ich kusche uns wieder. Ich bin polite. Ich kusche um mich für eine solche Samission. Nice. Zoom. Zoom. So, 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 und einen neuen Gegner suchen. Leute, 50 Likes. Ramomira, was meinst du? Ramomira, wir werden in diesem Stream eh 50 Likes knacken. Und wenn ich dann sage, hey, könnt ihr doch mal liken, dann hole ich mir vielleicht sogar schon nach der Runde den Kryptoskin. Das ist doch alles in Ordnung. Das ist doch nichts Verwerfliches. Dass mein Stream deswegen dann mehr Leuten vorgeschlagen wird, weil mehr Liker sind. Ist doch ganz normal, dass ich da dann Acht anfrage. Naja, egal, Manuel. Hauptsache. Okay, hast du lost the same? Stark. Alter, war das lost am Ende. Nen Slurp trinken. Zwei Biggies mitnehmen. Nice. Achso, Ramomira, du hast es zu wem anders geschrieben. Ich konnte dieses Onblem nicht zugeordnen. Leute, haben wir schon die 50 Likes geknackt? Wäre mega Ehre von euch. Da hole ich mir definitiv nach dem Runde den Kryptoskin. Leute, beleidigt doch auch nicht die Hater. Dann seid ihr nicht viel besser. Chilt einfach. Ignoriert sie. Ignoriert sie einfach. Und wir haben ja auch einen Mod. Und wenn der irgendwie was Schlimmes sagt, dann wird er auch gebannt. So. Ne? Und kommt er vielleicht noch mit seinem zweiten Account. Dankeschön für ein Follow, by the way. Salami. Kuss. Geht raus. Und kommt er eventuell noch mit einem zweiten Account. Und dann ist es halt, dann bandt man ihn wieder. Kommt er eventuell auch sogar mit seinem dritten Account. Und dann bandt man ihn wieder. Und irgendwann hat er keine Accounts mehr. Und dann verliert er auch den Spaß daran. Und dann ist er einfach weg. Ganz einfach. Guck, und jetzt hat er mich beleidigt. Und jetzt kommt nämlich Sykes und hat ihn nämlich gebannt. Leute, ich bin einfach Mod. Ja, ich weiß einfach, wie meine Mods denken. Und wie soll ich an diese verschissene Kiste kommen? Ah. Ah. Öh. Och nö, als ob ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Oh, Mann. Bist du Fetzkin. Warum spawnt jetzt noch ein Biest? Ich gehe da jetzt hin, um den selbst zu zerstören. Dankeschön. Auch für deinen Follow, Lolli. Vielen, vielen Dank. Mega korrekt von dir. Leute, ich spiele mit den Teilen. Ich spiele mit den Robotern. Ganz einfach. Der Krypto-Skin hat dieses blaue, nice Wirbelsäulen-Backpack. Besser kann ich den Skin leider nicht erklären. Irgendwann für Roboter zerstören. Es regt mich selber darüber auf, wenn jemand Roboter spielt. Und wenn ich ihn dann selber spiele, bin ich nicht gerade besser als er. Also immer selbst zerstören, wenn man Roboter sieht. Hm, welches Schild soll ich weglegen für den Polis? Ja, so. Danke, Ghostix, auch für deinen Follow. Nice, mega korrekt von dir. Okay. Lost. Leute, schon 62 Likes? Mann, Ehre, Mann. Also wir holen uns auf jeden Fall ein Krypto-Skin. Wäre natürlich trotzdem Kuss. Wenn ihr, ähm, wenn ihr trotzdem noch mal ein Abo dalassen wäre, würde, wäre mega nice. Würde mich trotzdem natürlich... Leute, trotzdem noch mal ein Like und ein Abo droppen. Ach, das ist der gar nicht. Ich hab gedacht, das wär der Gegner. Ach, schade, Marmelade. Friedrich, Schröder, vielen, vielen Dank auch für deinen Follow. Wirklich, vielen, vielen Dank, Mann. Weiß ich echt zu schätzen. Tschüss. Bild-Battle, Alter. Bild-Battle zu ernst genommen. Die wollen Turbo-Bilden mal wieder testen. Ey, ich hab erst zwei Kills, Mann. Ja, mit diesem Aim kann man auch nicht mehr als zwei Kills haben. Er kann halt so einfach gesnipet werden, ne? Ich denke, er hat einfach keine Kuh. Wow. Not a nice try. Okay. Okay. Der Typ ist white und landet on me. Okay. 200 IQ. Ich würd schon sagen, jetzt haben wir den Impuls, Nate, so mit das halbe Leben gerettet. Leute, lasst doch mal ein Like da, wäre mega nice. Pusht mich nochmal zum Win jetzt hier, dass wir direkt die erste Runde hier wieder am heutigen Tage gewinnen. Wäre mega nice von euch. Moin, Jonas. Jonas ist auch im Start. Mega korrekt. Vier Leute noch am Leben, kein Moving Item mehr. Mal sehen, wie es läuft. Genau im Wald, das mag ich natürlich nicht so gerne. Gibt schon bessere Impuls. Aber mal sehen. Ich bin neuerkönig master, ihre Follow-Man. Du siehst unter dem Bild, wenn du nicht groß Bildschirm hast, siehst du so einen Abonnieren-Button und wenn du den drückst, oder wenn der schon grau ist, dann hast du schon abonniert. Dann hast du gefollowed. Mega nice. Von dir und Kuss geht raus, dann natürlich. An der Stelle. An der Stelle geht Kuss raus. Leute, lasst nochmal Like da, vielleicht schaffen wir dir direkt die 70 Likes. Wäre mega nice, wenn wir direkt die 70 Likes knappen. Ah ja, ist das langweilig. Moin Fortnite Fluffy. 76 Likes haben wir schon. What the fuck, man. Ehrenhaft. 4 Likes, noch 80 Likes. Ich glaube, das hätte ich noch nie, wenn wir nach dieser Runde schon die 100 Likes geknackt haben, das hätte ich noch nie gehabt. Man, wirklich. Das hatte ich, glaube ich, da noch nie. Vielleicht früher mal, als ich im Hype war. Also, Leute, lasst euch nicht lumpen. Lasst doch mal ein Like da. Eventuell schaffen wir die 100 Likes. Ich werde hier nicht, aber auch nicht zu viel über die Likes reden, sondern auch ein bisschen aufs Gameplay konzentrieren. Gucken, wo die Gegner sind. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, das ist mein Account. Und wie gesagt, nach der Runde wird sich dann noch der Crypto-Skin gegönnt. Also, Hype da auf jeden Fall. Woo! Mann, das ist langweilig. Gegner, wo seid ihr? Also, Gegner, die ich pushen kann. Please. 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 Leute, schon 84 Likes, Mann. Das wird, das wird, Mann. Danke, Chat. So muss das. Leute, was kann man hier noch machen? Shitbroke, by the way. BTV. Und wieder Turtel. Let's go. Let's go. Na ja, einen haben wir schon mal Turtelbroke. Das ist doch ganz geil. Das ist doch ganz nice, Leute. 90 Likes, Mann. Oh mein Gott, Mann. Ehre. Favorite Spray. Alter, der Typ, ne. Ich will doch nur mein Favorite Spray zeigen. Ne. Da. Das war mein Favorite Spray. Ach, nö. Warum pusht du mich? Ich will 100 Likes kriegen. Dafür muss ich die Runde gewinnen. Push mich also nicht. Behind you. Hallo, er steht so offen. Anderer Gegner, push ihn. Danke. Wat ein Dreierfight hier, Alter. Der Typ geht zwar only auf mich. Keine Ahnung warum. Heige und Easy Claps. Oh, nice. Leute. 4 Likes noch. Da haben wir die 100 Likes geknackt. Das wäre mega nice. Erste Runde, erster Sieg. Erste 100 Likes. Wäre mega mäßig korrekt von hier. Von euch. Nee. Ich nehme hier aber mal lieber die AR mit. Dann kann ich den Gegner zumindest mit einer Waffe sprayen. Och, Menno, der Typ. Ich mag halt die neue Saunis, Mann. I don't know. Aber hier lauf gewinne ich eh. Also hier lauf ist eh meins. Das ist der 2. Kein Stress jetzt hier. Ich glaube, der hat auch nicht mehr so viel mit. Haben wir die 100 Likes, Leute? Ich hab euch lieb. Darauf ein Ab-euch-lieb-Spray. Warte. Ähm. Was kann man machen? Hier einmal Herzen für euch an der Stelle, Mann. Ehrenhaft, Leute. Ich hoffe, jetzt gewinnen wir die Runde noch. Ich hatte eigentlich nach 50 Likes. Nach 50 Likes gefragt, diese Runde. Ihr macht einfach 100 voll. Echt Ehren-Community. Warum gehe ich eigentlich runter? Ich hab hier oben mein Highgord. Hier ist nichts gebaut. Natürlich, also. Jason! Ich hab eh genug Muni, also. Wie er mit der Bombkant schießen wollte. Leute, denkt ich gewinne das hier? Schreibt mir rein. Kein unnötigen Zone-Tick kassieren. Die Jugs-Bash ist da draußen. Nice, Leute. GG's. Wieder erste Runde wie gestern gewonnen. Mega nice. Dafür dann nochmal viel, vielen Dank. 106 Zuschauer, Leute, an alle, die jetzt noch nicht geliked haben. Lasst doch mal ein Like da. Wir holen uns jetzt den Crypto-Skin. Mega Bock. Mann, Dankeschön für euren Support. Ich streame hier täglich. Manchmal sogar zweimal hier auf diesem Kanal. Außer am Montag. Außer morgen. Da streame ich dich zweimal. Weil da hab ich sehr lange Schule und danach dann auch Training. Leute, wir holen uns jetzt hier natürlich mit dem Creator-Code. Ich kusche mich. Einmal hier den Crypto-Skin-Gegenstände erwerben, Leute. Nice, GG's, Leute. 113 Zuschauer. Mega nice von euch. Also den Skin mag ich jetzt nicht so gerne. Aber das Backpack ist nice. Mit welchem Skin wollen wir denn das Backpack mal spielen? Sieht das mit dem Honor Guard Skin geil aus? Tschüss, das sieht lit aus, Leute. Wir starten direkt in die nächste Runde, Mann. Mega, mega nice, Leute. Lasst nochmal ein Like da. Lasst nochmal ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um wirklich keinen Stream mehr hier zu verpassen. Wir haben jetzt zwei Streams hintereinander zweimal gewonnen. Also die ersten Runden gewonnen. Mega nice. 620 Zuschauer. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich spiele Tischtennis. Turbo und Moin. Was geht? Mega, mega nice. Eine blaue Spitzhacke, stimmt. Schaffe ich das noch rauszuwählen? Eine blaue Spitzhacke? Leider nicht mehr geschafft. Tut mir leid, aber Mario, da erinnere mich mal dran. Nämlich, die auf jeden Fall nächste Runde der Crypto Skin wurde sich jetzt hier auf ihrem Bruder Basis gegönnt. Wir starten direkt in eine neue Runde rein. Oha, neun. Das macht dann ja, ähm, Keks überweise ich dir dann später, okay? Biu. Biu, biu. Biu, biu. Wenn man den OG-Tanz sich hat und sich absolut abfeuert, dass man Normal-Pony-Ritt hat. Nice. Nichts können erwarten, wenn die nicht Eno. Ah ja, ne, er ist Eno oder Eno-Fan oder wie da auch immer ausgesprochen wird und hatet mich. Alles klar, weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Dazu sage ich nur, Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Alter, wenn man heutzutage auf einem Roboter landen muss, damit man ihn kaputt macht, damit man überhaupt überlebt. Da oben ist noch der Battle Bus. Grüße gehen raus an den Busfahrer. Aber ich kann nicht auf Roboter landen. Eine gute Tat getan. Nein, das ist eine Combat Shotgun Show, Mann. Leute, geht dieses Schild, ne? Wisst ihr, also man kann ja, wenn man mit der Heavy Sniper auf das Schild schießt vom Roboter, wenn der oben drin sitzt. Dann geht ja dieses Dings und du kannst ihn ja abschießen in der Zeit. Geht das auch, wenn ich, sage ich mal, mit AR da ganz viel draufspray, geht das dann auch dann kurze Zeit weg? Oder geht das nur bei der Heavy Sniper, weil das einfach so eine Special Tactic ist? Schreibt mal rein. Also ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher. Also geht das Schild dann auch, weil dann könnte ich den ja dann easy snipen, falls ein Roboter überhaupt gleich jemand nimmt. Geht? Okay. Nice. Dankeschön. Vielen Dank für die Auskunft, Chat. Vielen, vielen, vielen Dank. Nice. Nochmal Minis mitnehmen. Weil dann, wenn sich jemand der Roboter gönnt und dann da oben reingeht, dann schießt ich da die ganze Zeit drauf, dann geht das Schild kaputt, dann snipe ich ihn. Oder probier es zumindest, ihn dann mit der Bolt Sniper zu snipe. Falsch abgebaut. Och nö. Alter, der stand auf einmal neben mir, Digga. Alter, Junge. Digga, da hat das Aim aber gestimmt. Da, also da war das Aim an der Stelle, aber mal wirklich dieses andere da. Da, also da hat's Aim gestimmt, sagen wir es mal so. Nice, Leute, GGs. Mann, Roboter sind so ein Time Waste, Mann. Holy shit, jetzt muss ich bis nach da hinten gehen, um den Roboter zu zerstören. Mein Gott, Alter. Leute, der Flickschot, Digga. Dafür, also dafür feiere ich mich jetzt. So, in den Roboter einsteigen. Und let's go. Oh mein Gott, er spielt Roboter. Ist er gut. Kappa. Nice, Leute. Roboter zerstören. Diese Runde. Check. Check. Fortnite-Logik. Double Pump zu OP. C4 zu OP. Drum Gun zu OP. Roboter mit mehr Kraft als eine Wasserschauffbombe. Der war geil. Gags. Der war geil. Schiff waren noch Minis. Egal. Ich kill einfach einen Gegner, der Minis hat. Huch. Na, da fuckle ich gar nicht lange rum. Wie groß ich bin, meinst du das? Reflex. Ich bin 1. 65 groß. Erstmal überlegen. Nichts Falsches hier sagen. Keine falsche Auskunft hier geben. Ey, wäre ja mal mega lit, wenn wir nochmal die zweite Runde hintereinander gewinnen könnten. Lass nochmal einen Like da. Mega nice. Würde mich mega unterstützen. Leute, es könnte echt sein, dass das der Stream ist mit den meisten Likes. Seit lang. Könnt ihr mal gucken, welcher Platz ich gerade YouTube-Live-Gaming-Transpand. Wäre mega nice von euch. Alter, wenn man den Edit so hart verkackt, Alter. Da muss ich aber groß. Uh, Driftboard und ein Sniper. Ich habe gehört, Trickshots oder so. Trickshots und so. Megabock. Wo sind Gegner, die ich snipen kann? Ja, ein Lama, das nehme ich doch auch immer gerne mit. So, viel nebenbei. Nimmt man das mit. Nein, nicht die Trends. Nicht die echten Trends. Alter, hab ich eine Kuh. Dinger. Du bist lost. Dieser Typ hat mir noch viel zu viel Damage gemacht. Dann prob ich halt ein Chuck Splash. Und noch eins. Ich muss nach, lan. Oh, Fein, Liman. Oh, Fein, Liman. What a fight, ey. Was ein Fight, ey. GG's, chat. GG's. Wo ist mein Driftboard? Da. Da liegt da noch Holz und ein Biggie, den ich mitnehmen kann. Das ist doch nice. Du bist besser als Monter. No front, aber Monter ist jetzt ja auch nicht so gut. Okay, ich sag nichts. Ich seh schon die Hatewelle. Pont ist besser als ich. Definitiv. Gegner. Sniper. Ich hab nen Driftboard. Nice. Schade. Okay. Okay. Warum pusht du mich? Hau ab. Du wirst die Wand nicht mehr bekommen. Du wirst die Wand nicht mehr bekommen. Leider, bitte nicht. Du bist der Bessere. Kein Heel mehr. Och, Menno. Ich hab fraseig. Du wirst die Wand nicht mehr bekommen. Du ürst. Okay. Deine Erlä But Nice Now I got a double head, sniper Let's go Let's go, chat What do you mean, brother? Bye-bye, see you later Back to the lobby Krümelendheit 5 Das war Lack Ja, war bestimmt auch ein bisschen Lack dabei Ich glaube, das war jetzt nicht so schlau, out of zone zu gehen Ach man, wir sind out of zone Bro, what do you mean? Man, jetzt konnte ich mein Ding sich weiter mitnehmen Menno Leute, lasst doch mal ein Like, da wäre mega nice von euch Vielleicht holen wir jetzt ja wirklich zwei Wins hintereinander Wäre ja immer mega nütz Ich gebe mein Bestes Da vorne ist ein Roboter Wie war der zweite bitte nicht drauf? Mein Gott Ey, danke Boah, da ist der Trap Er hätte mich fast getuern Red IQ'd Ich will da nicht drin fighten Oh, es ist Agnes Agnes Renegap Das ist mein zweiter 254er Snipe Diese Runde Digga, was ist das für eine geile Runde eigentlich? Goldene Repi Ach, scheiß drauf, man Einfach nur ist I don't know Like, war es sich doch auch verbessert Von wo kam der Havis Nipe? Wer ist jetzt hier gerade so frech drauf? Einwitzkabbern Wer sucht jetzt hier Stress? Und da hatte ich aber auch einen gebrauchenen Finger einfach los Na? Suchst du etwa Stress? Ben? Flost, Alter Von beiden Das war immer anders los, Digga Oh, da war eine goldene Skar Lost, Chat Lost Hashtag Lost Hashtag Lost in Chat Oh, da wurde, glaube ich, gesnipt Nicht so geil für ihn Oh, da hat jemand einen Lootjob geöffnet Aber ich gehe erstmal da den Lootabtreten Da unten Oh, noch ein heavy Snipen Daran denke ich jetzt natürlich, ne? Alter Schwede Alter, Jo Come on Do what you mean? Und eine lila, eine Combin Da, 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 egal Oh, it's a shitbreak It's a shitbreak It's a shitbreak And I got Dankeschön für den Follow Vielen, vielen Dank Gegner pushen ist mein Hobby-Chart Yeah, let's go Rocket Launcher-Spieler Mein Was geht? Ich hoffe, du hast eine schöne Nacht Kannst du eigentlich auch direkt wieder schlafen legen? War knapp Achso, ja, ich, ich, ich kill ihn Er hat mich hochgenommen Nice Nein, fightet nicht Ich brauche Kills Warum habe ich eigentlich neun Kills und ein Lagerfeuer? Boah, ich bin so lost Boah, ich dachte gerade Leute Leute, lasst doch mal ein Like Da wäre mega nichts von euch Wäre echt mega Ehre Wie war der nicht drauf? Leute 10 Likes noch 150 Likes Vollgemacht Dann Auf Wiedersehen ... ... Ne, ich hab nicht noch ein Lagerfeuer. Ich hab nicht noch ein Lagerfeuer. Ich hab Wege noch mit. Ich hab nicht noch ein Lagerfeuer. Bringt dir nichts. Lustig. Der Typ ist lustig. Ich mag den. Der ist so motiviert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will dich noch scopen, Bro. Mann, das kann so schief gehen, ne? Ich weiß nicht. 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 Der Typ ist legit funny. Warte, was kann ich machen? Und die röde! Hey, du brauchst jetzt auch nicht runterbauen. Warte. Easy 10 Kills, Leute. Lasst dafür doch mal ein Like da. Zwei Wins sind einander. Mega, mega nice, Alter. Let's go! 107 Viewer. Vielen Dank, Leute. Lasst, wie gesagt, noch mal ein Like da. Der höchstens auch schon am Start. Moin, was geht. Ab! Er war richtig motiviert. Habt ihr es gesehen, Chat? Er war richtig motiviert, Digga. Er war dieses andere motiviert. Er wollte richtig hart gewinnen, Mann. Nice, Mann. Let's go. So. Welche Picke können wir denn benutzen? Ich hab nicht so viele geile Picken. Die? Und welchen Skin können wir benutzen? Den. Alles gut, virtual. Leute, lasst doch mal ein Abo da. Lass doch mal ein Like. Da wäre mega, mega korrekt. Ich aktiviere die Glocke damit, um keinen Stream mehr zu verpassen. Spiel OG ist geil. Muss los, tut. Muss los. Leute, wie gesagt. Alter, ist die harte Hacke fett. Warum hab ich mir die noch mal geholt? Warum hab ich die mir damals noch für hol geholt? Für 1500 V-Bucks oder 1200? Ich bin jetzt... Ich bin so ein richtiger Nosekin. Ich mach einfach alles gebaut kaputt. Irrsud. Danke, Mann. Kuss geht nochmal raus an der Stelle für deinen heftigen Support. Leute, jetzt 40 Likes. Da haben wir die 200 Likes geknackt. Wäre mega nice. Wenn ihr die jetzt mal voll machen könntet. Go sit. Dankeschön für deinen Follow. Willkommen. Abo. Whatever. Bitte, Sud. Bin dein größter Fan, Sud. Oh, klar. Okay, to mix. Das war... No one talk about it. Bitte, bitte, Sud. Ich bin dein größter Fan. Nein. Okay. Digga, seit wann landen hier so viele? Ja, schieß halt auf mich. Schieß halt auf mich. Der andere landet zwar bei dir, aber schieß halt ruhig wirklich auf mich, Alter. Bester Spieler, Digga. Idiot. Don't like them. Very much. Keine Muni? Habe ich schon aufgesammelt. Nung, aber rein damit. Absolut Krawall. Abseits mit Ab았는데. So. Vag dealt also mit AbBM. Ver saute Grupgriff. Bope. Wir treten. Suizung. Nicht zu nehmen. Weird Flags Da kam anscheinend wohl gerade die Mutter rein Ehre Sie ist positiv, die sammeln Mets für dich Ja, aber wenn das solche Leute sind, die noch nicht mal Paletten abbauen Dann sammeln die auch keine Mets für mich Das sind dann die Leute Ich hab nie Mets im Public Okay, sag ich auch manchmal Aber deswegen dann nicht halt Lazy Lagoon Was war sein Ziel? Ja, also mein Ziel Also ich weiß, was nach seinem Ziel gefragt Mein Ziel war es, ihm so einen Deal-Headshot Flickriss Zu geben Das hat leider nicht so hingehauen Er stand zwar einfach still, aber Der hat einfach schon aufgegeben, Mann Der Gegner wusste nicht, es hatte einfach keinen Sinn Oh, hier ist noch ein Gegner Blumen Blumen Den Jungen pickigst dich Ah, nee, doch nicht Warum habe ich keine Mets? Warum haben die an sich eigentlich alle keine Mets? Danke für den Slurp, ne? Echt, Kuss, Kuss Mann, jetzt muss ich noch Gegner killen, um Mets zu kriegen Das ist ja blöd Ich zock jetzt wieder aktiver Fortnite Ja, ich auch Wieder ein bisschen Spaß Same Find ich auch Das ist ja blöd Wuhu Uff Wann Schelle Wann hat Wann gab mir Schelle Im Gesicht Wann hast du Wann last 1 2 3 3 4 3 6 8 Lost Btw Dankeschön Der hat auch keine Mets Warum habt ihr alle keine Mets? Tagschiff für die ganze Follower Ehren Lama Lama hat Mets Ah ja, Kuss, man Dann ist ein Roboter, Digga Absolut keinen Bock auf ihn Timix ist Fame, geil Spaß Dankeschön auch für dein Abo Vielen, vielen Dank Falls es dir wirklich richtig krass gefällt Kannst auch gerne die Glocke aktivieren Dann verpasst du wirklich gar keinen Stream mehr Wäre mega nice von dir Nein, ich lade mir keinen Rush Wars runter Der Biggie ist meiner Trip Gift Board Ching, Ching Kennt ihr diesen einen Clip von Mongral Als Sword drin war? Äh, Battle Royale Game Ching, Ching, Ching Den Clip fand ich lustig Ching, Ching Guten Morgen Arnes Mann, wo sind denn die blöden Gegner? Roboter Roboter Ja, ich bin halt tot Ja, Luis, bist du Dankeschön für die ganzen Follows Ehre Ich probiere mal mein Bestes Aber Roboter ist halt Es ist halt einfach ein Time Waste Gegen ihn zu folgen Oh, Roboter ist down Ne, donna, ne Okay, Roboter kommt wieder in die Nähe von mir Ich muss dann aber mal ganz dozent wieder los Mein Gott, Alter Vor allen Dingen, ne Du kannst ja auch Roboter nicht abschießen Gefühl Weil du halt dann einfach So gesnipet wirst Aber dieses Ansnipen bringt halt einfach was Ist das immer 105 Damage? Das ist so dumne, das game Ich feite gegen den Roboter, ne? Und der, die Legende Alter, ich feite gegen den Roboter, ihr Idioten, Mann Heidewitzker, Alter Mein Gott, seid ihr dumm Ich hasse das game Das ist echt mega nice, dass ich den Roboter abschieße Aber ich von zwei anderen Seiten abgeschossen werde Ich habe ihn Ich habe ihn mit Ich habe ihn mit Ich habe ihn mit Nee, jetzt reicht es mir, Alter Wie viele Roboter soll ich eigentlich zerstören Damit nicht ich mal der bin, der abgeschossen wird Ich habe ihn mit Ich habe ihn mit Wie viele Roboter muss ich eigentlich kaputt machen, damit ich nicht der bin, der angeschossen wird Dann frage ich mich halt da Ja, der ist keine Mets mehr, ne? Und ich habe so viele Roboter kaputt gemacht, und ich war eigentlich immer der Typ, der dann halt der gearschte, ne? Und ich habe eben mit Gott im und ich habe mich, mit der gearschte, ne? Und ich habe mich auch noch mit dem, der da unten aufzunehmen, wo ich war ganz klar ist, denn ich bin sehr gut zu dir, da ist morgens immer der栋ste, ne? Wall replacing 50-50 Chance By the way 50-50 Chance beim Wall replacen By the way an alle die dies noch nicht wussten Ist eine 50-50 Chance Dass man die Wall bekommt Absolut lächerlich Die Kacke Ich hab keine Wall bekommen Also halt gar keine Leute Ist es der dritte Sieg in Folge? Der Typ ist hier Und das weiß ich Leute es kann gut sein Dass der letzte Gegner in einem Bot ist Und da ist ein Drift Board Ihr wisst was das heißt Vielen vielen Dank Für deine 5 Euro Spende What? Vielen vielen Dank Du bist echt ein cooler Streamer Vielen vielen Dank Du bist echt ein cooler Streamer Vielen vielen Dank Dankeschön Wirklich ehrenhaft von dir Dankeschön Für deine 5 Euro Mom Nein er ist kein Bot Und er nimmt das Game viel zu ernst Mein Gott nimm es Ey Game nicht so ernst Let's go Drei Wins hintereinander Let's go Let's go Chat let's go Was ist heute los? Drei Wins jetzt hintereinander Let's go Lasst dafür gerne nochmal ein Like und ein Abo da Wäre mega korrekt von euch Mega nice Würde mich mega freuen GG's Chat Einfach dritter Win in Folge Leute und an alle die Die mir nicht glauben Gibt ja so manche Kandidaten hier Erster 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 Drei Zehn Sechs Eliminierung Creator Code Ich kusche mich um mich kostenlos zu unterstützen Mega nice Ich hole ganz kurz mal was Dankeschön Und da möchte ich Wenn ich wiederkomme Möchte ich die 200 Likes Sehen Okay Wenn ich wiederkomme Möchte ich die 200 Likes sehen Bis gleich Da bin ich wieder Meine sexy jeans habe ich heute leider nicht an Mann Nee 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 Folgt mir gerne auch auf Twitter Wäre mega nice von euch Mega mega korrekt Also wäre Ehre Vor allem Ich spiele ja auch nicht defensiv Ne Ich spiele ja auch nicht defensiv Ruhm Tillian Niklas Was Vielen vielen Dank für deine 15 Euro Vielen vielen Dank Dein Name ist mein Wunschname War das richtig Vielen vielen Dank für deine 15 Euro Ehrenmann Dankeschön Leute schreibt mal rein wie viele Abos wir gerade haben Vielleicht kann ich in der 8 der Runde auch noch mal Arena spielen Falls ihr Bock habt Ein bisschen Mal sehen Mal sehen Kommt halt drauf an Wenn ich die jetzt wieder gewinne Starte ich natürlich noch mal in der neuen Runde Leute wie viele Abos haben wir Schreibt mal rein Und Likes haben wir 200 Likes geknackt Vielen vielen Dank Lol Die feinde Maus ist abbezahlt Nice Vielen vielen Dank Und ehrenhaft Lol Dankeschön Shit Nice Vielen Dank für den kranken Support What? Vielen Dank. Giggies! Giggies. 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 Ah, so noch einer. 50 gegen 50, glaube ich. G' I don't know. I'm not an Epic Games worker. Worker. Ob die das überhaupt selber wissen? Nice. Shockwave grenades. Die hatte ich heute selten. Nice, dass die jetzt mal wieder gefunden haben. Ja, 50 gegen 50. Nice. Ich kann, Craft, da kann ich machen. Vielen, vielen Dank, Fix12, für dein Abo. Willkommen in der Kuschel-Army. Und falls es dir wirklich krank gut gefällt, dann kannst du gerne auch die Glock aktivieren, um wirklich kein Livestream mehr von mir zu verpassen. Wäre auch mega korrekt. Leute, vor allen Dingen Glock, ihr denkt, das bringt ja gar nichts. Doch, das bringt mega viel. Weil am Anfang des Streams ist so, sag ich mal, die wichtigste Zeit des Streams, so, für einen Streamer. Also da sagt es am meisten über den Stream, was dann da so passiert, aus. Kann man das so sagen? Nein, ich sag das jetzt einfach so. Das ist mir jetzt egal. Ich mach das jetzt einfach so. Uh, Roboter gegen Roboter. Warte, oder Noob gegen Noob. Oder Noob gegen Obernoob. Gegen Oberobernoob. Schwanz. Ey, das ist echt lächerlich, Mann. So, Messebeats. Alter, ne? Wenn jemand eine Monster-AVC von mir machen würde, jo, das wäre ja mal anders, Lüt. Okay. So, Das war's für heute. Der Typ ist hier. Jetzt müssen wir ihn nur finden. Alter, was für eine Fusselarbeit. Moin Timix, nice, dass du am Start bist. Nice, dass du neu bist. Nice, dass du den Weg hier auf den Kanal gefunden hast. Zum Kanal. Jep, Roboter sind wir da drin, leider. Tigger, wo ist der Typ? Vielleicht kommt Paus zur Zone, die ich fighten kann. Ich bin 14. Nee, der ist Richtung Salty. Ist der wirklich Richtung Salty? Bin ich wirklich so lost? Alter, ich hab gar nicht mehr gewusst, warum Roboter so abfucken. Jetzt weiß ich's übrigens wieder. Hab dieses YouTube gerade im App Store gefunden. Und dann direkt meinen Kanal. Ehre. Da geht ja nochmal grüßig raus an YouTube. So gesagt, jetzt erstes Vorschlagen. Okay. Okay, besserer Spieler. Okay. 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 Roboter kommt. 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 Hier war meiner bitte nicht drauf. Can't beat her. Das war's. 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 repa haare an der stelle das zum thema gute laune stream egal das war auch gerade gute laune her wird don't understand you keines hier gelandet auch ein mfg blubel ich brauche schild jetzt mal problem in this moment er schreibt dazu on the road hamburg mega nice vielen dank du hast echt was verpasst heute du hast wirklich was verpasst also wirklich wirklich was verpasst vielen dank echt viel vielen dank vier runden zwei wins sollen wir mal erst mal jemand nach machen das soll mir mal erst mal jemand nachmachen vielen vielen dank das soll dann nach hamburg wo seid ihr gerade schreibt mal rein also on the road ja nach hamburg aber wo seid ihr gerade oder wie lange fahrt ihr noch also k ja 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 Scheiße, ich bin scheiße. Oh, verdammt, Mann. Ich hätte den Pumpkin-Schuss hitten müssen. Oh, fuck. Ich habe den Pumpkin-Schuss nicht gerne. Egal, neue Runde, neues Glück, Mann. Schade, Mann. Neue Runde, der hatte 50 AP. Ja, kann aber nichts machen. Aber warum war das eine nur ein 57er-Headshot? Ach, Mann, egal. Du musst mal Haare schneiden. Meinst du, deswegen muss ich mir mal die Haare schneiden? Oder meinst du, deswegen muss ich mir mal die Haare schneiden? Oder deswegen muss ich mir mal die Haare schneiden? Oder muss ich mir einfach deswegen die Haare schneiden? Oh, Junk ist direkt am Anfang. Ich krieg's kotzen. Ich krieg's kotze! Wegen allem. Wegen allem. Okay, gut. Ich bin damit. Ich habe keinen Fallschirm bekommen. Schade. Ehre, Henrik. Gerade mache ich kein Abo zocken. Falls ihr kein Abo zocken mehr verpassen wollt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Dann steht das auch immer im Titel und ihr kriegt es direkt mit, falls es Abo zocken gibt. Hätte gerne schön. Danke. Thanks a lot. It's a Combat Shotgun. Alter, bin ich dumm. Dankeschön für dein Follower. Safe Mitleid Follower. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön für dein Follower. Vielen, vielen Dank auch für deinen Follower. Vielen Dank. What a hefty fight. Over there. Over there. Zumindest habe ich jetzt mal ein Moving Item. Dankeschön auch für dein Follower oder Abo, wie man es sehen will. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank für die ganzen Abos gerade. Hallo, was geht gerade ab, Mann? Lol, was geht gerade mit den Abos ab? Ehre. Wo du ich denn schon wieder? Wo du ich denn? Er springt doch alles durch, Mann. Fuck, Mann. Aber alles gut sonst. Alles gut. Passt alles. Ich verliere nur meine ganzen Arena-Punkte. Richtig Bock eigentlich noch. Nice. Mann, Alter, das ist so dumm. Das ist so dumm, Mann. Alter. Mann, warum triggert mich sowas? Er springt... Dinger. 21er. Ich gebe ihm 21 Damage. Mein Gott, warum denn? Nein. Ich gebe ihm 21 Damage. Ich gebe ihn 24. ... Und? Okay. ... Einmal. So, das möchte ich eigentlich nicht drüber reden. Oh, mal nicht direkt am Anfang und nicht Gold. Lil Clip? Nee. 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 Süd, lag an der Tastatur und an der Maus. Deine Empfehlung. Ey, aber Süd, erklär mir mal, warum bei dir dann da irgendwie da so bei der Leertaste sowas da ist. Genau, da sowas ist. Mies. Mies, ja. Typ landet schon wieder besser. Mies. Digga, er ist so viel besser als ich, man. Hä? Ach, die sind so viel besser. Ich hab kein Schild. Ah. Warum war ich grad so ein Ohrwurm von diesem Vomante, dieses On the Rolling Hill und dann die so... Ah. Ah. Warum war ich davon grad ein Ohrwurm? Ah. 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 Schock. Ist so Toxic Waste. Das wollen wir alle nicht. Ich verstehe diese Leute nicht, warum die hier landen. I don't know, landet Junk, er hat besseren Loot und da landen nicht so viele. Äh, Süd, du hast doch hier so irgendwie so einen Drachten auf der Leertaste, so einen Sticker kann man das ja schon fast nennen. Warum hab ich das nicht? Ah, ich finde, das sieht schon hässlich aus, ne? Aber... Nee, so bin ich nicht. Nach dem Clip würde ich nicht sagen, dass ich lost bin. Sind die Keycaps? Nein! Nein! Du verstehst dich nicht. Glaube ich zumindest nicht. Oh, ich bin halt einfach wirklich lost. Aber ich glaube, du verstehst mich nicht. Ja, ja, ich hab auch Rot und Orange, aber das meine ich nicht. Die meine ich ja nicht. Ich meine halt diese, diese sind Drachen da. Ist das auch ein Keycap? Also wenn ja, dann bin ich halt wirklich lost, ne? Aber... Aber es gibt auch ein Keycap für die Leertaste. Aber ich hab gedacht, der wäre dann auch rot. Okay. Schade eigentlich. Ich hatte gehofft. Ich hätte recht. Lost. Endlich mal, die Runde ist es. Bei Q-Dex. Mami, was geht ab? Guck mal, welchen du hast. Wie, welchen du hast. Ich hab da... Da steht einfach nur so Ducky drauf. Hast du Schwein oder Wolf? Ich hab nichts. Bei mir ist da nichts. Guck bei Twitter. Guck bei meinem, ähm... Banner. So gut. Da siehst du es. Besser. Hier siehst du es nicht so gut. Ah, den gibt's auch in der Packung. Lost. Ja, du Bot. Ich weiß, gut, aber... Ich steh dazu. Wow, habt ihr die Beine von der gerade gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie, ich mache dir das alles mal drauf. So, du bringst dir Spy? Ja, das wäre auf jeden Fall ehrenhaft. Ich brauch aber eigentlich keinen Tegel. Ja, das wäre auf jeden Fall. Nee, ich will die nicht drauf haben. Nee, nee, ich finde das so in Ordnung. Ich finde das hässlich, diesen Drachen. Alles gut. Brauchst du nicht, tut. Doch, du willst das? Okay, dann will ich das. Ehrenzwiebel, du bist der Größte. Oder einer, ein sehr großer Heuchler. Ein paar Keycaps musst du drauf haben, ja. So, und jetzt kann ich nämlich in die Zone riften. 200 IQ. Hä, gibt's keine Roboter mehr? In der Arena? Okay, Sud. Danke, ne? Für deine Hilfe. Für mein Aufklären vom Lost Height. Ehrenzwiebel, abonniert gefühlt jeden im Chat, um dann zu sagen, ja, abonniere mich auch oder ich deabonniere mich. Ich sag so, du bist aber ganz schön großer Heuchler. Du Fetzer. Okay. Gut. Why not? Okay, hier ist ein Drift Bot. Nein, Roboter sind nicht wegen dem Fehl da draußen. Die sind wieder drein gemacht worden. Okay. Okay. Dankeschön für ein Follower. Alibaba schreibt noch so ein Fortnite-Kiddy. Okay. 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 Danke, Luciana. So, falls du noch da bist, ich habe dich auf Twitter, habe ich das Kommentar geschrieben. Bei dir. Leute, band mal bitte den Ehrenzwiebel. Hey. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Leute, einer muss noch sterben. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Wäre wirklich sehr reizend von euch. Bitte, bitte. Und so. Bitte, bitte, bitte. Danke. Moin, 1. FC Magdeburg. Oh mein Gott, Finn, Bro. Ich glaube, wir haben den nächsten Kandidaten. Ja, ich glaube, wir haben den nächsten Kandidaten. Nice, Finn, Bro. Let's go, Alter. Ey, wenn du das auf deinem Profilbild bist, egal. Let's go, Junge. Ich fahre mich ja mal gerade hart ab. Weil, darauf habe ich ja jetzt schon Bock. Ja, ich hatte gestern noch 5.000 Punkte. Aber als ich gestern aufgehört hatte, hatte ich nur noch 4.900. Und da habe ich heute zwei Runden verkackt. Und ja, dann bin ich jetzt wieder da. Aber wenn ich jetzt die Runde gewinne, bin ich halt wieder bei 5K Points. Ach so, der hat den gekleppt. Ich habe gedacht, der wurde gerade mit 2-Shot gekleppt. Man hört die Glocken, hört man die wirklich? Ja, okay, RIP. Du kämpfst voll. Ja, wie halt auch die anderen 21 Spieler hier in der Lobby. Campe ich auch. Ja, das ist richtig. Dummer Kommentar, Alter. Ich glaube, die Saun muss bei uns sein, weil die wird nicht übers Wasser gehen. Oder die Saune ist halt hier. Würde ich jetzt mal so tippen. Okay. 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 Das war's. Sieht ganz gut für mich aus, würde ich mal behaupten. Das war's. Digga, der Typ, ne? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, Mann. Der 30er Headshot hat mich halt genommen am Ende. Boah, der hatte 1 HP, ne? Der hatte wirklich 1 HP, Mann. Ah, fuck. Ich habe am Ende Shotgun-Aim verkackt und 30er Headshot nur noch gegeben. GGs, Leute. Du bist so gut, danke. Leute, 91 Zuschauer, habt gerne nochmal ein Like und ein Abo, wäre mega nice von euch. Neue Runde, neues Glück. 100 Zuschauer, Leute. Lasst nochmal ein Like da. Wäre mega nice von euch. Leute, Timix, kommt jetzt auch nochmal Discord, habe ich gehört. Definitiv, definitiv, definitiv. Okay, da hatte ich... Leute, folgt mir gerne auf Twitter und auf Insta. Da heiße ich beide Male. Ich kusche mich, wäre mega nice von euch. Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk-Junk. Dankeschön für den Verlauf. Vielen, vielen Dank. Ehrenhaft. sweat mode war da sweat mode war auf jeden Fall da der war auf jeden Fall aktiviert gerade ja vorhin einmal also die Runde hat halt Spaß gemacht außer der 30er jetzt schon am Ende der hat mich doch leicht getriggert aber egal Leute ihr könnt euch seit neuestem auch bei mir für 1 Euro Mitgliedtoren wäre mega leicht von euch wenn ihr diese Funktion nutzen könntet damit habt ihr dann einen Monat spezielle Emotes euer Name wird grün im Chat angezeigt lohnt sich auf jeden Fall für 1 Euro auf jeden Fall lohnt sich es mehr als 1 Euro einfach so zu spenden wenn man kein Mitglied ist ja ihr habt auch Vorteile und so im Chat und ja gönnt euch das auf jeden Fall Leute ich lande und es leben nur noch 70 Leute gefühlt also der Typ wenn der unten unter mir Junk landen will dann ist er aber ganz schön tief oder er fliegt einfach perfekt ja ok jetzt fliegt er aber nicht mehr perfekt ja guck ja guck also jab ja 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 Vielen Dank. 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 Alter, der hat mir hat, was dann in der